Und jetzt der, ouch, wenn der jetzt da raufkommt, können wir den, ja perfekt, schön, können wir die also zumindest nochmal verbauen. Der kommt hier so ein Dach rauf und wir brauchen noch ein bisschen mehr Zaun, also noch ein paar von diesen Pflastersteinen verarbeiten. Pflastersteinen, ja genau, die war das, da brauchen wir jetzt alle, mehr Zäune, Holz, so, dass wir denn da oben, ich meine das ist ja blöd, sonst regnet das da bei der Treppe rein, also das können wir auf gar keinen Fall machen. Das kann man so sonst nicht anbieten, was wollten wir jetzt machen, Zaun. Genau, nehmen wir die Stäbe auch noch dafür. Und die auch noch. Perfekto. Dann geht's da mit...